Die Modewochen der Frankenposts vom 15. September bis zum 15. Oktober. Die Frankenpost-Modewochen werden unterstützt von der Spielbank Bad Steben und der Autohausgruppe Doronig. Freuen Sie sich auf tolle Aktionen der teilnehmenden Modehäuser. Die Modewochen der Frankenposts. Das Atelier Goldener Schnitt ist in Haber geführt und hat seinen Sitz seit 1926 in Münchberg. Dem Kompetenzzentrum der deutschen Textilindustrie. AGS sind Spezialisten für Damenmode in perfekter Passform und bieten bis zu 25 verschiedene Größen. Hochwertige Stoffqualitäten verbunden mit dem langjährigen Know-how für figurschmeichelnde Schnitte sind Teil des Erfolgsgeheimnisses. Das Atelier Goldener Schnitt erreicht seine Kundinnen als moderner Multi-Channel-Händler. Online mit Katalogen und Mailings. Europaweit. In neun Ländern und elf Sprachen. Einen Outlet-Lagerverkauf gibt es in Münchberg. Das Atelier Goldener Schnitt. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.